Und plötzlich ist da dieses Licht. Viele Himmelsgucker in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich, staunen nicht schlecht. Am Himmel taucht eine mysteriöse Feuerkugel auf, erhellt kurz die Nacht und verschwindet wieder. Zum Glück filmt Bild-Lesereporter Christoph Schulz das Phänomen mit seiner Onboard-Kamera. Viele andere Beobachter der Feuerkugel meldeten sich bei der Polizei. Wir gehen derzeit davon aus, unter anderem von einer Mitteilung von der Flugsicherung aus Salzburg, dass es sich dabei um Meteoriten, ein oder mehrere im süddeutschen Raum handelt, die höchstwahrscheinlich in der Atmosphäre verglühten. Doch wohin verschwanden die Meteoriten? Die Augenzeugen und die Polizei tappen noch im Dunkeln. Ein Himmelskörper soll sogar in den Bodensee gefallen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017